Und weiter geht's mit Melchior-Solte-Filmster, Phantom Pain und nächste Nippener Portion ist... Eliminieren Sie die Panzerfahrzug-Einheit. Mal gucken, ob ich dort wirklich eliminieren muss. Oder ob ich das Ding einfach so rausholen kann. Die Panzerfahrzug-Einheit. Die Panzerfahrzug-Einheit. Nicht, dass ich jetzt wirklich mittendrin lande. Es wäre nicht so toll. Aber ich glaube, es war eine geringe Gefahr. Auf jeden Fall war diese Landezone nicht rot. Mal gucken. Dürfte eigentlich relativ einfach werden, wenn das Ding einfach nur da steht. Afghanistan. Noten von Kabul. Die Panzerfahrzug-Einheit. Die Panzerfahrzug-Einheit. Die Panzerfahrzug-Einheit. Ich lande jetzt wahrscheinlich genau daneben. Ist ja krass. Die haben mich nicht mitbekommen. Ich lande einfach mal daneben. Ist klar. Nein, 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 nein. Runter. Oh, mein Heli ist schon mal kaputt. Oh, nein. Das ist der Ziel. Genau. Das Ding wuppt und plötzlich stehen sie wieder. Ist klar. Ist klar. Ah, nein, nein. Scheiße. Ach, Mann. Bleib stehen. Du Arsch. Ich bin nicht die. Ich bin nur Katastionsruhe. Oh, das ist100 wholesale. Ich bin zählt hier schon. Ich bin ein Kollege. Dieses 8-800- Cake- man. 몇 formerly in der Po anywhere ist. Wir haben uns alle workforce oder – ¡Inze. Der anger hat nie gemmatschen. Urwión vom United, Gere. Klar, hat es einer gesehen. Die anderen sehen jetzt nur noch ein Ballon, wie er aufsteigt. Oder auch nicht. Mir ist auch scheißegal. Sie sind alle so schlecht. Ich spüre mal eine Kassette ab. Mir ist es langweilig. Sie sind alle auf die Böden, mit den Lumpen auf der Beine. Die Krankenhäuser sagen mir, sie waren wahrscheinlich ein Typ von Sist. Sist können so groß werden. In einigen Fällen, ja. Aber ich denke, sie sind eine Art Atheroma... Scharf. Das ist alles falsch. Im Endeffekt war die Krankenhäuser verloren. Die Lumpen waren wie nichts, die sie nie gesehen haben. Okay, das ging jetzt doch schneller als ich eigentlich dachte. Schade. Ja. 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 Na ja. Zum Glück habe ich noch Helikopter ohne Ende. Kostet mich ja nur Geld, wenn die Dinger abstürzen. Der Hund mag mich nicht. Ist klar. Kann ich verstehen. Ja. Hm. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Ich weiß nicht, ob wir es alle verabschieden haben. Ich weiß, nur 5% der Welt ist ein nativer Englischsprachiger. Externer Auftrag, erfolgreich. Extraction, arrived at Mother Base. Cool. Aus dem Anfang von der Führung. 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 Afghanistan, Not von Kabul. Ja, können wir jetzt noch eine schaffen. Erstmal einen externen Auftrag annehmen. So, siehste, der geht immer noch nicht. Muss ich irgendwas tun? Einfaches Metall. B bis E. Warum nicht? Ah, hier. Schwere Infanterie. Zwei. Da sind wir nicht mittendrin. Ähm. Mal schauen, was es wird. Schwere Infanterie. Ich glaube, die war auch nicht zu betäuben. Ich glaube, es wird. Ich glaube, es wird. stehen auf und schüttelt sich wenn man die tür können wir alles schon dass man hier immer noch so lange warten muss bis man hier aussteigen kann na los, wuff, wuff, wuff gut, hier irgendwo laufen wir mal in die mitte auf dem weg dahin wird sowieso wieder alles markiert, wusste ich's doch koppler koppler Das ist der Target. Nicht riechen. Nein, 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 nein. Und der läuft einfach weiter. Ich find's witzig. Das war jetzt easy. Faktion arrived at Mother Base. Please select a land support helicopter requested. Okay, hör mir den nächsten. Oh, du Scheiße. Das ist jetzt aber... Mann. Okay. Ist mir jetzt scheißegal. Ist schon wieder wach. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Base. Und gucken nach Battle Gear. Damit wir das auch immer hinter uns haben. Immer noch 44%. Ist schon wieder geändert. Please select a landing zone. Wo ist Battle Gear? Hey, wo ist die Mother Base? Aber wehe, ich bin jetzt nicht dort, sondern wieder auf der Kommando Plattform. Ich habe die Entwicklungsplattform ausgewählt. Damit das klar ist. Damit das klar ist. Ich habe die Unterstützung, Feuerunterstützung. Scheint neblig zu sein da draußen. Oder die Scheiben sind ein bisschen beschlagen. Kann auch sein. Ich würde es aber eher sagen, es ist neblig. Oh, hier. Das Ding steht auch noch da. Das Ding steht auch noch da. Das Ding steht auch noch da. Hä? Was ist das denn? Oh. Oh. Wo wurde jemand? Oh, hey. Wer bist du denn? Analyse complete. Okay. Okay. Oh. 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 hier runter was ist das für ein automat das ist der Geah Hunger Ah, hier geht's los. Tipp, hier wo es muss. Ja. Tipp, hier geht's los. Kann ich hier irgendwas machen? Ah, hier komm ich hoch. Guck mal an. Oh, da komm ich nicht rüber. Hier komm ich nicht rein. Kann ich irgendwas machen? Ich kann hier gar nichts machen. Muss ich wieder gehen, wenn ich nichts machen kann. Codename. Codename werden basierend auf ihrem Infiltrations- oder Kampfziel vergeben. Jeder Codename hat ein Tier und sein Verhalten als Grundlage. Ähm, mal gucken, ob ich jetzt... Nein, jetzt wollte ich nicht neben Operation, externe Aufträge wollte ich jetzt gucken. Kann ich jetzt das Ding annehmen? Please select a mission. Immer noch nicht. Wie oft muss ich da nochmal hingehen? Ja? 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 Was ist? Sag was? Sag was? Sag, dass das Ding fertig ist. Sag, dass es einsatzbereit ist. Sag irgendwas. Was? Ach man. Okay, da geht nix. Was ist das nur? Ich weiß nicht, was ich dort machen soll. Battlegear-Hangar. Toll! Okay. Holen wir unseren Hubschrauber wieder. Mal gucken, wo ich bei welcher Plattform lande, Plattform ich hier überhaupt bin. So, da wo ich stehe, da lasse ich den Hubschrauber landen. Okay. Please select a landing zone. Landing zone confirmed. Roger. Welcome back, boss. This is Piquat. Arriving shortly at LD. Talk. The map has been gradated. This is Piquat. On station at LD. Perfect, boss. Oh, was? Wo was ist denn denn? Wo was ist denn? Wo ist denn? Was ist denn? Wo ist denn? Ah! Weil wir wegwärts aus. Wir haben ja, was hier ist und wir haben es, was wir tun. Brauche ich noch irgendwas für Better Gear? Ja, dann werde ich hier erstmal wieder beenden und in der nächsten Folge dann die nächste Nebenoperation machen. Bis denn! Vielen Dank!